Herr, es ist Zeit. Die Berührung war sehr groß. Schick deine Seuchen auf die Menschenmassen und auf die Alten lass die Viren los. Befiehl den letzten Bürgern daheim zu sein. Gib ihnen noch zwei unbeschränkte Tage. Dränge sie zum Aldi hin und jage den Unverbesserlichen unter ihnen Angst vor Husten ein. Wer jetzt kein Klopapier hat, der kauft sich keines mehr. Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben. Wird Netflix gucken, anstatt Sport zu treiben. Und wird in seiner Wohnung hin und her unruhig wandern und sich in einen Online-Kurs einschreiben.